Hallo, mein Name ist Christian Buchmann. Ich komme aus der Steiermark, einer der schönsten Regionen Europas, das grüne Herz Österreichs. Ich vertrete die Steiermark im Ausschuss der Regionen und bin politisch Mitglied des steiermarkischen Landtags. Intelligente und kluge Gesetze sind wichtig für die Menschen in einer Region, aber insbesondere auch für kleine und mittelständische Betriebe, die mit ihren Produkten und mit ihren Dienstleistungen viel für die Gesellschaft tun und einen fairen Wettbewerb durchführen wollen. Kleine und mittelständische Betriebe machen wahnsinnig viel für unsere Gesellschaft. Sie beschäftigen Menschen, sie bilden Lehrlinge aus, sie zahlen Steuern, sie bringen Produkte und Dienstleistungen in unsere Städte und Gemeinden und servisieren damit die Bürger. Und deswegen ist es das natürliche Interesse der Verantwortlichen in Gemeinden und in Städten und in Regionen, dass wir diesen Unternehmungen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ihr Wachstum und ihre Entwicklung bieten. Für die Steiermark ist es ganz besonders wichtig, weil ein Großteil der Betriebe kleine und mittelständische Betriebe sind. Sie bringen Wertschöpfung in unser Bundesland, sie bilden junge Menschen aus, sie bringen Arbeitsplätze und sind nicht nur auf nationalen Märkten tätig, sondern auch international. Europa ist unser Heimmarkt. Deswegen brauchen wir die besten Rahmenbedingungen für diese Betriebe. Wir sehen uns beim nächsten Mal.